Ich mache Verzauberungen. Danke für das Angebot. Sehr schön. Ich denke, es ist an der Zeit, dass Sie mal einen guten alten Mabari-Angriff miterleben. Was meinst du, mein Junge? Hast du Lust, auf ein paar Rekruten rumzukommen? Was meinst du, mein Junge? Was springt für mich dabei heraus? Hier sind ein paar Silberlinge. Kauf dir was zum Essen. Und neue Schuhe. Das ist ja echtes Silber. Ich bin euer Mann mit Haut und Haar. Ich sage euch alles, was ich weiß. Die Dame war hier. Es sah aus, als wollte sie die Brücke zur Oberstadt nehmen. Aber dann kam ein Mann auf sie zu. Er stolperte und fiel hin. Genau vor ihre Füße. Wie ein Toter. Seine Hände waren blutverschmiert, als käme er gerade aus einem Kampf. Die Dame schüttelte ihn und ich glaube, er sagte, Hilfe! Sie half ihm auf die Füße. Er war ziemlich wackelig. Irgendwie seltsam. Dann ging sie weg und mehr habe ich nicht gesehen. Wie hat der Mann ausgesehen? Er war ein Mann mit Haaren und einer Nase. Und schöner Kleidung. Aber die war voller Blut. Ich werde jeden vernichten, der ihr auch nur ein Haar grümmt. Ja, ihr... Das solltet ihr tun. Ihr könnt sowas ja ziemlich gut. Der Mann hat eine Blutspur hinterlassen, wo er gestürzt ist. Ihr könntet ihr folgen. Warum befolgt ihr diesen Vorschlag nicht? Ich gehe nach Hause für den Fall, dass Leandra auftaucht. Ich sage es nur ungern, aber Gemlin hat recht. Meine Männer können Leandra suchen, während wir dem Blut folgen. Jede Spur... Dieses Blut ist frisch. Ich spüre noch Spuren von irgendetwas. Ich vermute, hier war Blutmagie am Werk. Wenn wir uns beeilen, gibt es vielleicht noch eine Spur, der wir freuen können. Da ist noch mehr. Noch mehr Blut. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wen bringt er sie? Da. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Dieser Ort fühlt sich seltsam an. Falsch. Hier habt ihr vor Jahren diese menschlichen Überreste gefunden. Wir hätten wissen müssen, dass hier noch etwas anderes war. Mutter muss hier irgendwo sein. Wir müssen uns umsehen. Da. Noch mehr Blut. Sie sind hier, Hunt. Ich nehme an, das führt irgendwo hin. Das Ding war vorher noch nicht hier. Ich denke, das wird mir helfen. Das Ding war für mich. Mutter! Alessa. Beim Atem des Erbauers, dieser Gestank. Ich kenne dieses Medaillon. Es gehört Mutter. Ich kenne dieses Medaillon. Ich kenne dieses Medaillon. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Oh, was für ein hübscher kleiner Schrein. Die Frau auf dem Bild sieht aus wie Leandra, oder nicht? Wenn ich jemals etwas so Erbärmliches mache, dann tut mir ein Gefallen und rammt mir ein Dolch ins Auge. Ich muss sie finden, sofort. Ich freue mich nicht unbedingt darauf, die Hüterin wiederzusehen. Das kann ich nicht. Soll ich vielleicht auch noch Schweine pflegen lassen? Ich freue mich nicht. Ich freue mich nicht.